Willkommen! Ein Stück zum Leben habe ich für Sie. Eine Kombination Cortina von Tommy M. Thomas Machalke in Premium Nubuk Braun. Was ganz Besonderes und zwar auch in der Kombination anderthalb Sitze als Longchair und anderthalb Sitze als Anbausofa. Eine kleine, kleine, bullige Kombination für eine kleine Familie, für drei, vier Leute, zwei, drei Leute in einem unheimlich weichen und sympathischen Leder. Die Garnitur hat eine bullige Ausstrahlung, sie wirkt richtig wie eine Garnitur und eine super Bequemlichkeit, die vor allem natürlich auf dem Longchair einzigartig ist. Hier können zwei kuscheln ohne Probleme. Ich empfehle für die Garnitur ein paar Kissen. Ich habe jetzt hier mal drei Stück reingeschmissen, aber da gehören meines Erachtens mehr rein, um die Bequemlichkeit zu erhöhen. Was kann man zu Premium Nubuk sagen? Premium deshalb, weil hier eine Premium Sortierung stattfindet. Das heißt, alle Lederteile, die zu viele Fehler haben, werden nicht für sichtbare Teile verwendet. Hier, wenn Sie diese Platten anschauen, die sind einwandfrei. Ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Und unglaublich weich und angenehm. Also auch für Leute geeignet, die eigentlich kein Leder wollen, weil sie es für kalt empfinden. Aber das ist nicht kalt. Eins muss ich natürlich sagen, dieses Leder wird eine natürliche Patina bekommen. Es werden die Stellen, die mehr benutzt werden, etwas speckig. Aber das ist auch schön. Das gibt dem Stück Ausdruck Charme. Sie können es auch wieder aufbürsten, aber Sie werden eine Garnitur haben. Die lebt Cortina. Ein Favorit von mir für eine Familie, die es bequem mag. Nicht so viel Platz hat. Sie brauchen bloß 2,66 Meter Platz. Zwei Plätze zum Launchen. Zwei weitere Plätze auf 2,66 Meter. Ich glaube, vielleicht habe ich Sie überzeugt für Cortina in dieser Zweierkombination. Ein Musterstück. Dankeschön und Tschüss.